Servus ihr Schlawiner Gnomebrigade hier. Heute sage ich dir für mich besten Spot um Lootkisten zu angeln. Also Lootkisten sind sowas wie verdichtete Koffer, eisenbeschlagene Kisten oder Koffer und wie sie alle heißen. All solche Sachen. Ich wollte natürlich wissen, wo es ist. Einige haben es bestimmt schon erkannt. Kommt ihr drauf? Kommt ihr drauf? Ich bin so dämlich. Ja, Westphal und zwar am Strand, den ganzen Strand lang. So, jetzt habe ich alles gesagt. Danke fürs Zuschauen. Von Rhein bis dann und Schau-Tschau. Ne, war natürlich Spaß. Und die etlose Küste, genau weiß das hier, in Westphal. Da gibt es noch ein anderes gutes Gebiet. Das ist Schlingdorntal, auch die ganze Küste lang. Bis Beutebucht hoch und dann an Beutebucht runter, wo dann später die Naga kommen. Da eigentlich fast bis zum Ende. Und bei den Blutsegelbukanieren, aber da würde ich jetzt nicht unbedingt hingehen. Also nicht zwingend, weil da ein bisschen weniger los ist. Warum sind diese Kisten so interessant? Diese Kisten sind interessant, weil, egal ob ihr jetzt hier in Westphal angelt oder in Beutebucht, Schlingdorntal, es ist immer das gleiche drin. In den ganzen Gebieten ist eigentlich das gleiche. Es sind Lootkisten, wo fast immer dieselben Materialien, also größere Loot-Table von Materialien drin ist. Also Sachen, da sind Sachen drin, wie zum Beispiel leichtes Leder bis schweres Leder. Also Rohdiamanten oder Rohsteine zum Schleifen oder zum Verarbeiten. Die ersten, die werden ja noch nicht geschliffen. Bis Sternrubin hatte ich drin. Ich glaube, obwohl Azerotischen Diamant hatte ich glaube ich auch mal drin. Bin mir aber nicht sicher. Also Sternrubin hatte ich auf jeden Fall drin. Also wirklich alles von Malachit bis Sternrubin. Es können Rüstungsgegenstände drin sein, wie zum, also manchmal welche, die richtig gut aussehen, also zum Transmobilifizieren super geeignet sind. Und wahrscheinlich, wenn man sie halt postet und ein bisschen bewirbt, auch gut weggehen würden. Dann sind natürlich verschiedene Stoffe drin, bis Magiestoff. Und also eigentlich alles, was es im Classic gibt, das ist ja der Classic-Bereich, was es also auch im Classic gibt. Und diese Sachen kann man richtig gut verkaufen. Und hier so eine Sachen wie Trümmerwrackteile sind ja Knaller. Aber auch in den normalen Fischschwärmen bekommt ihr so eine Kisten. Ich habe hier teilweise drei Kisten bei sechs Mal Angeln aus so einem Trümmerwrackteil in Haus geholt. Der Rest war dann Wirketang. Wirketang ist witzigerweise das einzige Kraut, was man da rausbekommt. Und hier zum Beispiel im Westfall gibt es öliges Schwarzmaul in den Fischschwärmen oder seltener, aber kommt auch vor. Wer ist das? Feuerflottenschnapper? Das sind Fische, die zum Kochen gar nicht geeignet sind. Die sind nur für Alchemisten brauchbar. Und aus den öligen Schwarzmaulen macht man, glaube ich, Schwarzmaulöl. Irgendwie sowas. Und bei den Feuerflossen schnappern, irgendwie so ein Feueröl. Und das sind die einzigen Sachen, wofür die gebraucht werden. Aber ich verkaufe die immer. Ich werde die immer los und es sind auch nicht viele drin. Und dasselbe, dieselben Fische gibt es auch im Schlingdorntal. Das ist aber zusammengefasst als Schwarmmeeresfische. Da sind die halt abwechselnd drin. Also sind beide kombiniert. Und zum Beispiel, das, worauf ich noch hinaus wollte, das schwere Leder. Aber das geht bis 115 Gold. Also es variiert von Tag zu Tag. Aber im Durchschnitt liegt es bei 100 Gold. 5 5er Stapel, also so werde ich die los. Und das ist schon lukrativ, gerade wenn man das mal ein bisschen länger macht. Man könnte zum Beispiel hier die ganze Küste abangeln, sage ich jetzt mal. Ich habe hier nicht alle mitgenommen, jetzt als ich das aufgenommen habe. Also hier die ganze Küste runter. Und wenn man wieder hochfährt, ist vorne schon wieder der erste Punkt. Also die Lübsbauenzeit ist ungefähr 5 Minuten. Nicht unbedingt an der selben Stelle. Hier gibt es ja, sondern vielleicht 5 Meter daneben oder davor oder wie auch immer. Oder man macht hier alles fertig, fliegt dann rüber zum Schlingenontal. Und es dauert mindestens eine halbe Stunde, bis man komplett gut ist. Und ich sage mal, wenn ich jetzt, also als ich hier geangelt habe, habe ich glaube ich insgesamt 10, 12 Kisten. Das ist relativ gut. Es hat mir auch ungefähr 10 Minuten gedauert. Oder gekostet. Es hat 10 Minuten gedauert, beziehungsweise mich gekostet, hier zu angeln. Ich habe 2, 3 Fischwärme da gelassen. War nicht so interessant für mich. Dafür waren hier mehr Wracktrümmerteile oder Wrackteile, Schwimmende, was auch immer. Und im Schlingenontal ist es natürlich ein bisschen häufiger. Da kriegt man natürlich auch mehr Fisch zusammen. Und ich würde es jedenfalls empfehlen. Ich weiß gar nicht genau, was ich noch sagen wollte. Ich habe das Video vorher zusammengeschnitten, bevor ich es kommentiert habe. Jetzt muss ich mir natürlich irgendwie überlegen, wie ich das noch überbrücke. Aber wir wissen natürlich, worauf es hinausgeht. Und man könnte, wenn man jetzt faul ist, sagen wir mal, man will es entspannen. Und es ist wirklich komplett fertig. Der Tag war hart. Man will ins WoW, aber man will eigentlich nicht wirklich... Man will weder die Dailies of Argus machen, oder man kann sie noch gar nicht machen. Oder generell irgendwelche Dailies, weil es jeden Tag derselbe Grind ist. Und jetzt irgendwie durch ein Dungeon heizen auf Mythos ist auch zu hart. Weil einfach, da muss man jetzt so viel denken. Für die Leute ist das natürlich super. Mit einer Hand in der Hose können sie natürlich dann hier... Wir kriegen auch relativ gutes Gold. Es variiert natürlich. An manchen Tagen ist es höher. Und je nachdem, wo man es rein stellt, oder wo man es rein stellt, kann es natürlich besser gehen oder schlechter. Oder, nur als Beispiel, man hat sein schweres Leder. Baff! Wäre es reinknallen für ein Hunderter, Fünferstapel. Und dann sieht man, wenn ich heute drin bin, dann sind es für 20 Gold rein, oder noch weniger. Würde ich natürlich aufkaufen, bis ich am Punkt bin, wo ich sage, okay, für den Preis will ich das reinstellen. Für den Preis soll meins drin sein. Und zwar so, dass ich dann der günstigst bin. Und genau so würde ich das machen. Und Rezepte sind übrigens auch manchmal drin. Ich habe bisher... Also hier hatte ich glaube ich zwei Rezepte drin. Und das eine war ein blaues Rezept, also so ein Schneiderrezept. Das kommt aber seltener vor. Und... Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich sagen soll. Also wirklich, ihr geht hier angeln, Leute. Ihr geht angeln und das ist gut. Ne, jetzt mal im Ernst. Mir gehen die Worte aus. Mir gehen die Worte aus. Für mich ist das natürlich super. Ich habe eigentlich drei Farbenberufe. Ich habe ja Angeln und ich skill auch immer Angeln. Und angle überwiegend in Trümmerfrackteilen. Also in Trümmerteilen, in Frackteilen. Zwischendurch nehme ich mal, also gerade wenn ich hier den Strand langfahre, ich nehme nicht jeden Fischschwamm mit, weil mir das einfach zu lange dauern würde. Aber ich nehme ungefähr jeden zweiten mit und auf jeden Fall alle Trümmerteile. Und habe ja noch Kräuterkunde und Bergbau. Und bin natürlich dabei, dann hier, wenn ich den Strand langfahre, nehme ich natürlich alles, was ein bisschen in der Nähe ist, wo ich wirklich nicht länger als 10 Sekunden brauche. Nehme ich natürlich auch alles mit. Und bin eigentlich gut beschäftigt. Ich glaube, ich könnte ohne, dass ich auch irgendwo kämpfe, leveln, dadurch, dass ich einfach nur hier Kräuter pflücke, Erzer baue. Und eigentlich ist es ja auch so, ich war hier schon längst zu hochstufig eigentlich für den Bereich. Und, ähm, ja, das ist eigentlich auch relativ entspannt. Ich finde das überhaupt nicht stressig und es bringt Geld. Es bringt sogar ganz gutes Geld. Und, ähm, ja, auf jeden Fall empfehlenswert, würde ich mal dazu sagen. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt, einfach mal in die Kommentare schreiben. So, hier am Ende, äh, das ganze Strand ist, ist noch ein Händler. Äh, ist glaube ich auch ein Angellehrer. Ne, Angellehrer ist es nicht. Ist jedenfalls ein Händler. Könnt ihr noch Rezepte kaufen, die ihr dann, äh, im Auktionshaus verhökern könnt. Ähm, ich sag mal, danke fürs Zuschauen. War ein bisschen viel, ein bisschen lang vielleicht, ein bisschen viel gestammelt. Ist ja egal, so will ich halt, und ja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns demnächst. Äh, viel Spaß noch beim Zocken. Macht viel Kohle. Haut rein. Bis denn dann. See you later. Guckt ihr auf die Karte, den ganzen Strand lang. Wir sehen uns. Haut rein.